Dieses Tankkröte ist eine blaue Sniper drin, irgendwo ist noch Munition. Munition kannst du von mir kriegen, lege ich auch in die dieses Tank-Shieldkröte. Das ist nicht dieses Tank-Shieldkröte, also das Raffis, ja. Diejenigen, die immer nicht tanken, die sind auf den Quetzelswirt und gucken hinten ein bisschen Deckung. Soll ich auf den Shieldkröte oder auf den Quetz? Auf den Quetz. Wir haben rückwärts gehen, ne? Proximiert sind passiv. Ihr könnt auch vorwärts gehen, das ist egal. Ja? Ja. Macht mal die ganzen letzten Türme weg. Okay, Headliner, ähm, geht vor, geht vor, geht vor, geht vor. Die Türme tanken, erster Schuss voll. Links wird, von links wird geschossen. Jo, komm ran, komm näher ran. Ja, komm näher ran, schießt alles auf uns. Erster Weg, weiter geht's, links, weiter geht's, wieder rutschen komplett durch. Blocken links. Boom down. Ein Turret noch. Turret ist down. Schieß gleich auf den zweiten. Hey, die Türme ist noch nicht down. Eins schießt, ich schießt, ich schießt ab. Headliner, geh du schon mal aufs nächste. Leicht durchlaufen, ne? Ihr lauft komplett durch. Die Lote, die auf dem Piz sind, da sind ja zwei irgendwie. Könnt schon mal die Tourets lernen, wenn's geht. Also die Beutel. Schön, weiter, weiter, weiter. Bis noch, weiter. Die ganzen schießen auch. Ich seh nichts mehr. Geht durch, geht durch, wir rutschen durch. Ja, ich glaub. Könnt ihr mit den Quetzels die ganzen, ähm... Ah, schießen immer noch. Könnt ihr die ganzen... Raketenwerfer und sowas, muss her, schießen mit dem... Flugbahn. Die Raketenwerfer und die Rockets müssen mitbringen. Ein Tyrek noch, ah fuck. Oh, rutsch. Proxy, du machst hier die, äh, Planung, ne? Geht kurz zurück, wir holen neue Raketen. Geht kurz zurück. Ja, kann mir einer mal bitte ne Hose und Handschuhe mitbringen? Geht kurz zurück, fiel den T-Rex hoch. Ähm, einer mit den Quetzels, das kann Fetzel machen, du kannst, äh, die Turrets looten, wo wir durchgelaufen sind. Gar nicht so einfach. Ja, Fortress ist gerade bei, oder? Na. Ja, das Fetzel mach du mal bitte. Fortress muss gucken, dass der spät, dass da keiner durchkommt. Ja, hier in den Quetzeln, Rockets auch. Ihr könnt, äh, achtmal Munition looten. Oder neunmal. Lise, kommt jetzt zurück und poisen, ich hoffe, sie das. Ja, kannst du ja einmal ne Hix fielen. Ja, aber ich hab, ich muss die Schildtode erstmal heilen, also wir müssen erstmal tauschen. Dann, dann wechselt eben durch, wir fielen eben durch. Hat noch. Auch noch Hose und Handschuhe. Ist noch alles gut. Die Turrets, die hauen schon noch ein. Ja, die ganzen Flanzen gerade. Die Rüstung ist bei uns in den Flankenwolde, in den Schränken. Jedenfalls schießt er noch auf mich, den Kuh. Jetzt sind wir nicht mehr so. Weil wir sollten jetzt vielleicht mit den Schütteln doch rückwärts gehen. Ja, 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 jetzt könnt ihr rückwärts. Weil da sind so viele Pflanzen, dass man, äh, dann nur SP nutzt. Hier auf dem einen Turm sind noch, äh, Item Caches, ne, die könnt ihr noch suchen. Ja, später, ja, später eins. Ja. Eins, der Turret ist, ne, die Pflanzen macht's kaputt. Was ist der Weg? Eins, der Turret ist da an. Weiter geht's. Vielleicht ist man noch nicht da an. Wir müssen die Turret ist da an. Ja, vielleicht. Wir müssen sie durchgehend am Tanken behalten, ne. Immer schön, ja. Tank die einfach nicht. Ja. Ja, ja. Wir müssen die Turret ist da an. Weiter geht's. Nächster. Wir müssen die Turret ist. Wir müssen die Turret. Wir müssen die Turret schießen. Komm nicht durch. Äh, hier ist ein Pity Fortress vor dir. Geradeaus. Wir schießen die Pflanzen down. Ja. Bist du? Gut. Bist du? Na pass auf, hier ist nämlich der Turret. Ja, das hört's. Ja weiter, weiter, weiter geht's. Außer du klickst hier wo? Ersten Pflanzen gehen down. Wir schießen Pflanzen mit down einfach hier. Das würde ich einladen. Bleibt mich einen Adler an. Ein Wilder, ein Wilder. Ja, ein Wilder, ein Wilder. Hot Sam. Kannst du dir mal reinbeißen mit dem Rex? Jo. ja hinten links turrets auch da jetzt noch ganz hinten links versuch zu treffen ich sehe die reichweite nicht weil es zu dunkel ist ja alles gut ich habe noch massen aber die wetten platziert ja okay dann respawn gleich weitergehen bei ist ja alles kaputt ich sehe nichts ich sehe nicht das kann dinge ich töte einfach den vogel ich habe noch ein halbes leid mit der turtle ein viertel leid ich muss weg mit der turtle ein bisschen geht noch ein bisschen kann ich noch denken turrets schießen von innen ja ja das ist das normal okay könnte die dinge ist könnte die pflanzen davon kaputt machen geht das sonst geht es wieder geht es wieder geht es wieder die rechse sind auch langsam hier die kann man wieder looten hier ist komplett gut über noch sie minuten ja nix hier zurück sie mal die pflanzen auch nicht dass die schildkröten zurückkommen können ok dann kommt weiter geht's wir werden wir werden jetzt gucken dass heute schon gleich das tor kaputt die schließen die ganze doch die schießen die ganze zeit dadurch falls ihr es nicht wisst die schießen durch tode durch deswegen können wir da auch nicht weiter ballern komm back komm back wartet mal wartet noch der winkel ist gut jetzt kannst du dich hier hinsetzen komm ein bisschen her vor allem mit dem quetz auch weil du musst gleich grabben können irritiert ein bisschen wenn du da fliegst ihr könnt doch mal jetzt einladen in den tribe jetzt noch mal anklang ihr müsst einer muss gleich seinen tollenklang gehen dann kann dann kann der t-rex auch noch mit kommen ihr müsst die turrets da versuchen so warte ich mach noch die zweite tür ab wohl ja ich mach die zweite tür eben auch noch auf wir werden schon abgefangen ihr müsst ihr müsst ihr müsst hier rein mit den schildkröten wir brauchen auch den quetz hier der quetz muss gleich grabben können wir sind ganz nah dran die t-rex sind viel zu weit weg was soll ich grabben wieso ist denn grimm jetzt nicht mehr auf dem t-rex weil der t-rex doch lowlife ist fetzel ist doch auf dem ich muss mit der schildkröte weg gleich grimm komm bitte du wirst t-rex eingeteilt bleib bitte auf dem t-rex muss weg mit der zürich wir tanken leer wir brauchen keinen dritten raketenschützen das bringt nichts das ist man die zonenverschwendung diese tank gut leer das ist gut das bin ich sorry rechts ist irgendwo ein turret das wird noch übernommen ja ich muss zurück geht weg geht weg geht weg geht weg laufen einfach bisschen zick zack und dann dreht euch um dass ihr turrets seid ihr am tanken ne die ersten turrets sind schon leer rechts die haben nur 250 schuss in den turrets lise du musst gucken dass du die turrets mit tankst ich glaub die tankst du jetzt mit torbogen ist weg ich geh jetzt um die ecke und schieß einmal lise tankt da sehr gut bin lowlife geht weg geht weg geht weg geht weg geht weg nur noch kann einer meine leiche noch looten lange noch getränkt wird ja ja also nicht ja da liegt noch ne sniper drauf auf die lise machst du das mucker ich hab gelootet die die mit raketen sind die looten bitte nicht weil die raketen sind deutlich wichtiger als ne sniper hat die schildkröten heilen sich in der zeit hinten hoch das ok dann sind die eine pflanze da ja perfekt ok alle wieder auf die schildkröten drei leute am besten guckt dass die sattel dass wir die stärksten sattel mitnehmen ja ich hab einen guten ich hab auch 7.3 ok sniper hat ein hit ich hätte den jetzt komplett dort ihr könnt pushen ihr könnt pushen ich geb euch jetzt extrem deckung sniper hat kein hit zweiter hit ihr könnt pushen der steht auf k der snipet nicht dritter hit nein dritter hit nicht schildkröten einer noch bitte auf die schildkröte er hat extrem druck wieder hit vierter hit armer muss gleich kaputt gehen ja noch zu wenig live ihr könnt euch Zeit lassen beim zielen der zielt jetzt nämlich auf die fünfter hit er zielt auf die schildkröten eine schildkröte fehlt noch wenns geht ja er wird tot muss noch eine andere sein sechster hit weiter gehts er zieht sich zurück er hat nämlich keinen brustpanzer mehr ok einer auf super tank drauf und weiter packt die sniper ins inventar wenn ihr auf die schildkröten geht ich guck jetzt wegen turrets turrets scheinen alle schon so gut wie leer zu sein es schießen nur noch die hinteren turrets ne vorne schieß einer ich schieß einmal durch geht noch nicht weiter weiter rangehen zweiter tower schießt alles perfekt läuft alles nach plan weiter gehts er schieß nochmal geht nicht durch er kommt mit dem quetz er kommt mit dem quetz wir brauchen jetzt unseren quetz quetz steht hinten Foxy jetzt bist du gefragt ich muss zurück ich bin mit dem pittig bleib hier deck mich mal ich zieh mal die ab jawohl jawohl sehr gut lehm wie schauts aus ich muss weg ich hab hälfte ok ok dann wenn du hälfte hast kannst du noch rein das ist kein problem bis ein drittel oder ein viertel ne dann sollte einer mal mit dem quetz ne vorne schieß nur noch einen turrets wechseln die schildkröte ähm der ist hier gringo äh fortfrist fortfrist kannst du auf ne fortfrist nicht auf dem quetz das war nie ne gute erfahrt was willst du denn mit dem quetz machen und wenn wir gleich mit dem quetz kommen müssen wir bohlen wir müssen ihn gegen bohlen er kommt nicht raus auf sein er wartet er wartet auf die richtige Zeit müssen ihn gleich sofort gegen bohlen ich bring den quetz bisschen näher bohlert euch halt nicht selbst quetz steht hier auch Fortressen pass auf dass keiner den quetz anpackt ja also vor allem Gegner da hinten ist noch ne Schildkröte kann hier einer mit follow fort ziehen zu uns sieht sehr gut aus sehr gut aus Leute läuft bei uns so wieder ein Turret ne ein Turret schießt immer noch ich versuche nochmal einen Schuss naja gleich um die Ecke ist noch irgendwo was ja ein Turret schießt auf mich soll ich nicht weg? ok ok geh weg bei ein viertel life geht ihr weg zweiter Turm schießt nur noch ein einziger Turret muss zurück Foxy geht's zurück ich muss auch zurück ok geht's zurück wir ziehen uns einmal kurz zurück boah kann einer nachsitzen haben wir noch einen der da drauf kann auf die auf Udo zurück schießen auch nicht ich ja vorne die Turrets sind auch schon leer schön ein Verdrückter sein Verdrückter ich hab nen Hit ich hab nen Hit ok hier sind die hinten die Turrets die müssen mal leer tanken anders geht's nicht ja ich hab noch einen Hunde oben schießen die Turrets das ist auch gut ich versuch mal nen Schuss ist zwar gewart aber ne gleich um die Ecke muss irgendwo noch ein Turret sein ja ja ich lauf ich lauf wir tanken leer sorry Niese oh 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 ich hab keinen Schaden gekriegt komm hoch du hast die Turrets da getroffen zu oben ja ja ich muss weg 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 halt echt scheiße wenn wir den Platz gehen bitte Grim immer rücken ich muss weg ich wollte mich vor Dinge stellen vor vollbrett alles gut ich muss halt echt aufpassen muss nicht immer schießen auf Dauer tanken wir die leer wir haben genug Schilf töten dass sie sich gegenseitig generieren Sniper ist wieder da bisschen bewegen ich schieße komplett die Brust kaputt ich geh nur auf Brust ich wechsle die Schildkröte kommt sofort hinzu ich wechsle die Schildkröte kommt sofort hinzu jetzt hat die immer nackt oder auch nicht mal ja das wäre besser wenn ihr nackt seid das ist Schilf-Schilder jetzt kommt jetzt kommt Leute diese Schilf-Schildkröte pick die Schilf-Kröte das darf absolut nicht passieren hat ein Hit bekommen ihr dürft das nicht machen lassen wir haben eine Schilf-Kröte weniger ich hoffe die hat nicht die Master-Kröte sonst haben wir ein enormes Problem nächster bitte bisschen schneller reagieren wo ist denn die Schilf-Kröte hin? ist weg der hat die gegrabt die ist weg Udo hatte Wasserkraft Jo hatte Wasserkraft dann guck mal unten im Wasser flieg mal mit dem Quetz unten ins Wasser guck mal ob der die irgendwo fallen lassen hat ja dann passt mal auf das hier ne ne der hat oder Quetz kommt wieder er muss sehr offensiv stehen das ist das was das einzige was er machen kann er kann die Schildkröte und uns alle klauen dann ist der Raid komplett vorbei das ist das was er nicht machen darf dann müsst ihr sofort den gegen ähm grabben oder ein bisschen geschießen ich glaub er hat aber ein Problem dass die Schildkröte da wieder raus sind ja das ja das ja deswegen nutzen wir das aus wir gehen rein wir nutzen aus er kommt er kommt er kommt er kommt war nicht wackelt ja du sagst das T-Rex hat wieder vor live einer auf den T-Rex wir haben jetzt grad kein Sniper Schild töten wieder komm raus los auf geht's hier Carbon Enemy hat noch über Hälfte live Ingo einer auf Ingo ich geh schon vor ja ja das ist mit der Keto die Schildkröte bringt gegen Metall nix schießen schießen ich hab ihn getroffen ich hab ihn getroffen ich hab ihn getroffen ist gebullert los krieg die Schüsse drauf ist tot ja ne alles gut alles gut alles gut kannst du mit dem T-Rex drauf mit dem T-Rex rein töte den ja fliegt wieder weg der T-Rex hätte sofort reinlaufen müssen er pickt immer noch die Schildkröten zweite Schildkröte weg ich brauch Bolas nach Elisa ich muss nach hinten T-Rex steht viel zu weit hinten der kann da hinten nix machen wir sind nicht mehr im Quetzlar wir haben nur noch vier Schildkröten wir haben nur noch vier Schildkröten weiter wenn er in Bolas ist der T-Rex sofort rein und beißen ok T-Rex kann auch die Pflanzen tanken einfach kurz rein einmal die Pflanzen tanken und dann umdrehen Vortress du kannst vorwärts du kannst vorwärts reinlaufen du bist so langsam ja einer bitte nachsitzen Lise kannst du trau- obwohl ja Lise kannst du- ja ich bin auf dem Quetz was ich geh ich geh ich geh ich geh Quetz oder auf der Schildkröte? ich bin auf der Schildkröte naja ich will schießen du kannst auch auf dem Quetz spawnen weiter ein bisschen näher hier dran Grim weiter 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 gehts Grim war wo? auch auf der Schildkröte super tank ok super tank gepfiffen weiter gehts weiter gehts ich bin runter ich bin vom Rex runter Rex pfeifen bitte das müsst ihr machen ihr müsst den Rex sofort pfeifen mit dem Quetz ich hab zwei Minuten cool down weit landet zu oben oder? ne ne hallo Quetz Foxy du musst den pfeifen ja ich pfeifen doch ich hab ihn gepfiffen wir snipert uns alle nach einer Reihe weg ja komm wir gehen raus wir gehen raus hey ich geh gleich Sniper Deckung der Rex läuft halt gegen den Stein der läuft einfach die ganze Zeit gegen den Stein ja komm du musst hier hin hier kannst du den lenken einfach respawnen wieder drauf und weiter gehts wir haben keinen Verlust gemacht respawn weiter gehts Sniper schießt auf mich ja Baller Raketen Baller Raketen siehst du wo er ist? ne ne seh ich nicht aber ich geh jetzt vor ja wir geht vor Turrets kommen durch ah nein die kommen nicht durch kommen nicht durch weiter 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 er snipert auf mich er snipert auf mich rechts um die Ecke ist ein Turret eine Turret muss rechts um die Ecke gehen da wo Poison ist ich geh mit dem Rex ok ok jetzt schieß er hat mich getroffen geht aber noch nicht geht aber noch nicht das sind zu viele das sind zu viele ja ja gehts wieder gehts wieder gehts wieder gehts wieder gehts wieder ihr müsst mit der Schildkröte rechts das ist ein ganzer Turreturm Schildkröte nach rechts 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 ist einer Dings vorbei ich bin tot pfeifen mit Schildkröte super tank pfeifen ist gepfiffen hat er die viel habe hier die hat noch ja auch oh ja ich habe sie auch nicht alles pfeifen was da ist pfeift alles hier ich komme dir ein bisschen entgegen ich muss selber so ja er ist tot er ist tot jetzt drauf ok go 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 eine Schildkröte geht geradeaus drei gehen rechts um die Ecke ja ich geh geradeaus aber ich hab nicht ne ich hab keinen guten Sattel ich geh mit rechts ne ne dann geh links geradeaus ist nicht viel du musst nur die Pflanzen finken hauptsächlich ja ich denk die Pflanzen klar eine Schildkröte sitzt noch keiner drauf go einer drauf ich geh mal kurz runter bitte rechts um die Ecke sag wenn die Turrets schießen dann baller ich ab ja der T-Rex kann auch vor einer bitte Lise geh kannst du auf den T-Rex und die Pflanzen können wann schießen die Turrets hier ach da hinten ach du Scheiße das ist ne Menge an Turrets ja das ist nicht getenkt worden wenn du hier vorne erstmal irgendwo dritt bist wo die Turrets reihe draufsteht aber wenn du hier erstmal irgendwo dritt bist warte 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 ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich denke total extrem ich denke soll ich jetzt mit dem Dings vor mit dem T-Rex ja 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 mit dem T-Rex mit dem T-Rex die Pflanzen vorne kennen die vier oh ich komm gar nicht so weit vor tot wir können uns mit ZP hier reinsprengen wer loot denn hier ja ich hab die ja ich wollte unsere Waffen looten achso ja ok weiter alle da ist weiter tanken schießen die hinten nicht mehr doch schieß noch T-Rex kommt hier auch grad aber nicht durch ja dann weg 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 ich nälde die einfach weg Kortus Kortus ich werd von links geballert kannst du die Pflanzen links denken außen ja ich kann nichts sehen mach ich kurz mit dem T-Rex ja ich komm auch noch mit der T-Rex ja aber jetzt muss ich weg ja ich komm mit dem Turtle lauf mal weg Riese ich komm ja ich bin dabei ja ich denke ich hab die Tore zu links ja ganzen und na da hinten irgendwo beim Stall kommst du jetzt nicht nicht hoch nein 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 rechts muss erstmal die rechts müssen alle weggeballert werden muss muss ich teste mal ne geht nicht du hast die angetötet ja ist kein Ding wieviel live hatte die Schildtöter ja lieber viel bitte pfeifen ok ich pfeife die ja Hälfte so ich brauch den Quetz für ne Waffe komme tank so weit hinten alles weg Liese bitte wieder auf den Quetz Turrets er kommt er kommt nimm mal die Schildkröte hier vor ich will die Schildkröte nur vor den Turrets weg haben dann ballern die auch eher zwei Leute von denen sind jetzt eingeloggt er macht den Stall auf komm glaube ich gleich mit was machen die da kann einer das beobachten Stall ist auf das ist zweit haben wir noch mehr Turrets hier wir haben oben ja aber die das ist schon ne These Häusen stehen nicht so offen da Quetz kommt wieder Quetz kommt wieder Quetz kommt wieder ich bring die Schildkröte hier ein Stück hoch ich bring die Schildkröten hoch ich pack die Turrets glatt um weil die stehen alle auf dem Haufen das ist nicht gut ich häng da extrem ja versuch jetzt nochmal jetzt Quetz kommt ich kann nicht Quetz kommt Quetz tot Leute das hab ich gar nicht gesehen Spieler auch tot das war das billige Quetz ne guck mal Fernglas das war das billige der hättste gar keine Bola verschwenden brauchen ja ich würd grad sagen ich hab noch sieben jetzt schreien jetzt schreien jetzt schreiben sie gleich mal Hilfe Hilfe gleich gehts los kann eh keiner helfen sonst gehen ja die anderen auch drauf wie schauts aus Schildkröten genug live zum weiter tanken der ist grad jede eine Minute tot ich hab 5-3 ach fuck ich kann kann drängen meiner hat 7.800 ja unter 10.000? er hat 7.000 ne weiter gehts weiter gehts weiter gehts er wird gleich auf die Idee kommen alles zu safen was die haben da hängt ihr gut da hängt ihr gut da hängt ihr gut da hängt ihr gut ich versuche einen Schuss hängt die hinteren Pflanzen nein irgendwo ich weiß nicht woher die Schüsse kommen welche der Turm ganz hinten der schießt noch dann muss der Headliner weiter Richtung Turm weiter weiter Richtung der Base zweiterquetz kommt zweiterquetz kommt kommt zurück der ist zu weit vorne der hat weg der ist auf neutral der hat alles auf neutral gefriffen der ist auf neutral nein hat er nicht ich hab da nicht oder doch der fliegt ja einfach rum soll ich drauf bohlen oder nicht ja 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 was macht der Quetz respawn auf Quetzbett nein der sitzt da drauf der sitzt da drauf der sitzt da drauf der sitzt da drauf ich hab nur noch eine Bola Jungs soll wir schießen er hat keine Bola mehr ich hab keine Bola mehr ich hab keine Bola mehr dann diese absteigen auch auf eine Schildkröte go go ja wir tauschen er hat jemand gepickt hat fallen lassen so ihr müsst jetzt schnell hier hinkommen schnell agieren Liese go go auf die Schildkröte weiter gehts weiter gehts ich bin auch schon unterwegs welche Schildkröte backt sich die vorne der kann doch nicht mehr viel life haben was macht denn der Piti hier was macht denn der Piti hier ich weiß nicht wer den gepfiffen hat eigentlich jemand hat den von euch gepfiffen er wird sterben pfeift den Piti weg oh mein Gott das sind wieder solche Fähler da komm ich nicht auf das ist kein Ding der überlebt Schild Schild der überlebt hört auf den zu pfeifen umso öfter ihr den pfeift desto weniger wird der lenken ich weiß nicht wer den 20 mal gepfiffen hat einer auf die Schildkröte die oben Stimberrys unbeindet euch alles auf Follow Pfeifen das hab ich von Anfang an gesagt komm nicht dran rechts schießt nichts mehr doch jetzt schießt was jetzt schießt was ich hab ein Leck Liese du musst auf diese Turtel hier Liese ich weiß nicht wo du bist die Turtel ist hier die ganze Zeit unbelemmt ich bin unten ich hab auch die Schildkröte musst du diese hier auf der ich bin die musst du die ganze Zeit wegholen die ist fast tot steig da bitte drauf weg damit Schildkröte mal pfeifen ja Schildkröten pfeifen wir haben beide mit 10 ja ich hab's nicht einmal pfeifen nicht 10 mal ich pfeife fertig ich hab die gepfiffen einmal pfeifen nicht 10 mal umso öfter ihr pfeift desto weniger werden die auf euch hören weil jedes mal ihr den Coole dann resettet Fetzel tank mal bitte weiter Fetzel du musst ich kann die Schildkröte nicht du musst bisschen vorgehen durch den Tor ich kann die Schildkröte so lange nicht holen ich hab die schon ich tank auch was ich tank nicht was keine Ahnung das wir gehen durch und nein immer noch nicht immer noch weiter weiter ich geh weiter vor ich geh weiter vor ich geh weiter vor wie schaut's aus ich bin rechts am Tor am Gate ich bin genau am Gate geht immer noch nicht ich muss wieder zurück auf mich schieße jetzt gerade gar nichts ja aber auf mich ich weiß nicht wo der der Sniper hat der ist raus der läuft draußen jo jo der schießt auch mit Raketenwerfer der ist am Turm jetzt versuch mal die Geschütze sind aus der Typ ok ok der steht ja direkt vor mit der Schildkröte aber ich kann doch nicht du schießen der ist hinterm Turm irgendwo blockt das ich hab keine Ahnung wo der ist hinterm Turm der ist hinterm Turm ok ich bekomm schieß mit Raketen auf euch aufpassen Schildkröten verheißen jo hab ich hab ich hab ich er hat alles sofort passiert gefiffen jetzt nochmal der D-Rex kommt der D-Rex kommt jo jo komm zwittig der Typ steht immer noch im Turm jo linke Seite hat nen Hit hat sich hingelegt hat noch nen Headshot Dörf weg hat ne Gilead-Distung an oder sowas ich darf jetzt respawn ich hab 20 Sekunden ich weiß nicht wieso das abgeblockt wird ich hab keine Ahnung woher die Turrets kommen ich glaube ich im Gebäude gucke ich mal aus der Tür raus oder so ja das kann sein wir müssen C4 wir brauchen C4 nein 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 wir gehen so durch pass wir gehen so durch weiter 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 wir schließen wirklich fast nur noch Pflanzen gehen wir da irgendwo lang gehen wir da irgendwo lang gehen wir da irgendwo lang jetzt er ist wieder da yo Turrets Schüsse kommen glaube ich durch oder ja kann man durch ich häng gerade die rechte Seite komplett die rechte Seite ist dann er steht da wieder hinter ne pass auf die Schüsse kommen durch ne kann man doch kann man durch aber du kriegst die du kriegst die ähm Kante also nicht ich hab hier ich hab ein Standbild ich hab ein Standbild alles klar alles gut er hat mich runter gesnippert die eine Schildkröte pfeifen links hab ich gefischen steht er immer noch er snappert wieder ja auch noch drei Schüsse dann ist es down Leute weiter weiter haltet ich tank ihr alles ich tank alles ich tank alles ich bin gestorben einer voll Schildkröte pfeifen auf Ingo Ingo ist gepfiffen nur ein oder zwei Schuss nur noch die Pflanzen schieben ein Schuss auch ey pass auf Rex es kommt alles raus Fortress gehen wir bitte auf Fortress gehen wir bitte drauf wo das war her auf eine der Schildkröten ja die Schildkröte jetzt vorne die ok 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 das war gut die Schildkröten kommen wenn ihr respawnt gleich auf die Schildkröten Turrets sind um Turrets sind um Perfekt Fortress trete dich um trete dich um das ist wirklich bei Schieß ich tanker mit die Schildkröte pfeifen oh das ist ja halb halb schieper auf mich schieß weil auf mich schieß man ja ja wir tanken jetzt die Schildkröten um der schieß mit Bazooka bewegt dich Fortress ok pass 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 ich habe alle 3 Schildkröten wir gehen zurück und machen nochmal dasselbe der schießt jetzt mit Raketenwerfer go go Fetzel da ist ein Schildkröte die ist nicht behandelt einfach drauf Leute Liese nicht so weit vor kommt jeder zurück kann das sein dass einer von rechts bleibt nein das ist der Turret der Turret der wird wir haben Turrets im Hangar drin oben die müssen getankt werden noch der steht da hinterm Stein ja ja komm komm einfach hier weiter passt alles habt ihr die Schildkröte rechts gefiffen ganz rechts nein 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 hab ich hab ich hab ich hab ich alles ok alles klar oh fuck die nächste Schildkröte die fiffen werden muss hab ich hab ich guck dass du nicht zu weit rechts um die Ecke gehst ja ok im Hangar scheint Turret komplett leer zu sein ich schieß mal dein nein oh jetzt hat er mich die nächste Schildkröte pfeifen ok der Seite einfach rein wer auch immer mit Ingo unterwegs war wir brauchen dann nicht mehr hingehen wo sie bist super thing komm mit einem Quetz 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 hat einen gepickt ja ich kann die da halten nicht wegpfeifen weil schade einer weg wir haben nur drei Schildkröten wo ist unser T-Rex ach bei uns ist keiner ok einer sollte bei uns auf T-Rex drauf unser T-Rex kann in den Stall reinlaufen und durchgehend alles beißen ja ich bin getötet jemand dieser diesen fucking Adler wird schießen der nervt das ist das ja hartlaner kannst du auch nachziehen auf ne Schildkröte ja mach ich jetzt haben wir noch einen zu nachziehen Ringo ich komm ich bin in 40 Sekunden wieder da ich gehs gleich rein ja warte noch bis ne Schildkröte kommt der Adler muss weggegessen werden neben dir muss ich rein instellen mit der Schildkröte tanken oder was nein du nicht T-Rex geht rein du musst einfach nur davor die Turrets wissen tanken dass Grim durchlaufen kann äh ich denke let's go lauf durch lauf durch die schießen die schießen die schießen ich glaube nicht die schießen die schießen die schießen die schießen die schießen wer bist du wo sparst du auf wem warst du auf der Schildkröte ok nein ich bin schon länger tot also der steht hinter der Stein die schießen der hat kein Ding Liese kannst du nachziehen oder ist jemand hier zum nachziehen ich ziehe sofort nach aber ich brauche ein bisschen der T-Rex ist alles soweit ganz gut der ist in der Main Base hat Main Base zugemacht ich schieße ein Loch grad in die Main Base ihr tank grad sehr gut guckt Main Base hat zwei Hits Karno tot ich lauf gleich in die Main Base rein ne jo ich brauche ein der einer ist auf dem Adler oder oh weg 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 mit dem Keyrex ich kann nicht weg weg auch kann ich oh god wir haben jetzt den den wo der Rex drin ist alles auf Adler ja die haben doch ein Giga oder schieß rein schieß rein schieß einfach rein ich komme da nicht durch ich werde ihr sterben doch 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 jetzt ich senke ich senke gerade du kannst rein ok ich senke komm kommt unten aus der Tür raus einer ist zu Fuß nackt hinter euch Richtung Stein ja schieß einfach rein ja ja mach ich mach ich mach ich bleib einfach ein bisschen in Bewegung du hast mehr life als sie ne ich bin tot ich bin tot zieh die Schildschirr würde eine Schildschirr ziehen habt ihr gezogen oh mein god oh fuck oh fuck fliebt los weg save 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 den quetz der quetz muss gesaved werden 2,4 minuten oh god 50 sekunden warte er fliegt er fliegt er fliegt und pfeift ziehen die einfach die Klippe runter dahin ja ja schon dabei ok ok geht los die rechse kommt ja die kommen ähm ich trau meine Sachen ich trau meine Sachen ich weiß nicht wo meine Sachen sind die in die Schildschirritte die äh Petras Petras komm auf ok die gehen jetzt gleich da ja die sind gleich weg Petris down eine abbauen eine abbauen bitte falls wer eine Waffe hat die ganzen Bazookas fehlen noch mehr die müssen alle irgendwo sein oder die die sachen 8 die gegner haben die gedlotet ok wir kommen der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt alles kommt alles kommt der kommt der zurück das stört ich einfach mit was ist gerade auf ich habe keine bazooka dafür deutschen quetz die schildkröten wegziehen könnt ihr von der bade aus eben neue sachen holen da kommt das holen was willst du damit wir wieder als heute kommt er kommt er kommt er zu hatten zum anderen wohnen der wird direkt weggeballert oder oder kommen jetzt und hier können sich nicht zerstören so weiß die keine packen sich ein für die gehen sie gehen auf mich schließt hat mich selber gekillt wir brauchen mehr turrets wir brauchen wieder als einmal die elektro sachen kann er die schluss von unten holen damit die schluss nachfüllen können abgeschwollt aufgefüllt ja wenn ich kommst dann nicht hoch mach die tür zu die tür wer hat denn die tür aufgelassen hier mach die tür zu wenn die den generafer kaputt bei der tür zu zu machen fetz ist gleich da ja die tür muss zu schießt den quetz schießt den quetz quetz down lise mach mal die tür zu gleich allo saurus ist auch quetz mach mal die tür bitte gleich zu warte 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 ja da hat aber ein kilo vor der könnte reinlaufen könnte die linus nicht nach unten holen mit dem quetz mit dem quetz warte 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 ein t-rex ist noch da ja ich schieße ihn bei ihm an der ignoriert mich der will nicht zu nehmen kann einer hier den dilo wegbekommen der im eingang ist weil wir können so lange nicht raus ich geh raus geh mal weg mit der schnitt du wirst ja es wird auch weg der quetz von denen ist down das war wichtig das war das was zu stehen gringo hast du die sachen gringo du darfst nicht sterben töte dich selber sonst töte dich selber oder schieß ab weil du hast den raketenwerfer gringo wir haben nicht mehr viele wir haben nicht mehr viele ich bin tot wer ist denn das grimm ist das ist unser nein ist unser quetz gestorben nein keine sorge deren quetz ist doch looted deren sachen wir haben wir haben in deren sachen looted alles auf wir haben alle sachen wir haben alle sachen Pirates geht auch gleich down ein geschütztes down und ja ich kann auch nichts ja vielleicht war das angegriffen wo sind die raketenwerfer lande mal lande mal lande mal ich weiß nicht bei uns läuft einer mit dem raketenwerfer ok perfekt sattel alles looten weiter gehts wir gehen weiter nach unten ich nehm zwei raketenwerfer mit nehmt euch waffen alles in die hand dass ihr nahe kommt hoffen alles looted die viecher hier nehmt die carbon enemies mit wir gehen wieder nach unten naja ich gehe auch nicht holz schnappel holz schnappel holz schnappel holz schnappel holz schnappel hier war ein raketenwerfer drin wir haben noch drei schnappel weiter gehts ja ja wir sind hier sind auch noch raketen looted hier die ganzen dinos die gestorben sind weil die hatten wir die looten uns immer ich hatte die komplette die kann sattel die kann alles haben alles looten in der zeit gehen wir vor in der zeit gehen wir vor ey ok jetzt wieder mit ner sniper hat n adler hat n adler fliegt weg hat wahrscheinlich die besten sachen gesaved und die aus den turrets wahrscheinlich hier vorne geholt die hab ich geholt der ist hier noch der ist hier noch foxy kannst du hinkommen du musstest ihn grabben ja pass auf die turrets auf ja wie weit vorne ist denn der es sind keine turrets mehr da ne es ist alles wir haben nur noch pflanzen wo ist denn der doch es ist noch irgendein turret ja fack fack oben oben ist noch ein turrets einer auf die schildkröten und vor und vor du hast ja auch vor 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 schildkröten mehr jetzt leute hier wo seid ihr unterwegs unterwegs ich schieße geht nicht bin drauf ich bin dort ich tank hier ist oben drauf da ist oben drauf da ist oben drauf da ist oben drauf Paketenwerfer oder so Hildkunde wegziehen bitte Hildkunde muss weg sonst komm ich auch nicht lang ja ich wurde auch gekillt die musst du auch mehr ziehen ich weiß nicht wo meine Sniper ist meine Sniper wird mir nicht wieder gehen die muss ein irgendeiner der Dinos sein ja ich kann ja ja aber das hat kein Dinos kein Scope dran ist egal ohne Sniper ist auch ich kann ihn sofort töten go 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 komm bitte mit dem Quetz in den Tieren die wir getötet haben da müssen die Sachen sein könnt ihr die noch eben zu Ende looten kannst du das Sniper einpacken habe ich schon noch ganz unten habe ich schon noch ganz unten ok dann wieder Leute auf die Schild töten wir gehen durch ich gehe jetzt in die Base rein drück mal U wo bitte U einer kurz absetzen Headliner ok los gehts da sind ja voll live die Schild ja ja der sitzt dann nicht mehr wir können los wir können los hier sind die Raketen drin 37 Stück in der auf der ich sitze Mace was machst du denn ja pack pack in den ich brauche eine neue Distance haben wir eine neue Distance also nette ist fein ich sitze auf der warte ich pack den Quetzel Raketen und go go Zeit Rüstung ist hier drin Rüstung ist im Quetzel ganz oben Handschuhe noch ok weiter gehts weiter gehts weiter wir gehen durch wenn der jetzt nochmal da steht dann hole ich den let's go die machen massive Verluste der ist oben nicht drauf der ist oben nicht drauf genau tank die Turrets ein von der dreht euch um ich schieße ich geh im Stall rein ne ein Turret ah nein doch ein Turret ist down jetzt kommt das weiter der fliegt mit dem Adler ich brauche einen neuen Rocket Launcher geht nicht durch der hat irgendwo noch nachgefüllt die Schildküse an dem rechten Turm muss geschichten werden jo ich bin hinter dir wenn du brauchst warte noch warte noch denk 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 weiter denk weiter ich bin tot komm ich zieh nach ey ich bin im Stall drin ok warte ich komm sofort auch ich komm jetzt auch wieder an den Rand haben wir noch einen ganzen das ist alles halbe wo ist ein Schuss ganz oben irgendwo tankt ihr noch ich komm jetzt grad nachgerannt alter der ist die überloot tankt einer die Turret ich bin dort ja ich bin auch tot ok gringo tankt ich geh durch fack alter bin durch bin noch nicht durch jetzt bin ich durch weg der Fetzel ich bomb mich durch warte warte ich bin noch was Schildkröte drauf loote den T-Rex-Sattel der muss hier irgendwo sein ich bin tot ich hab jetzt vier Minuten ne 1,30 das war mit das mit dem Quetz macht keine Absicht von denen das war missgeschickt dass der angreifen sollte Muka ja ganz gut hast du den Sattel oder nicht nein dann nicht ok ok dann weg 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 scheiß auf den Sattel mach mach weg 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 das macht Meister ich greife mir einmal die Dinos an der Meister tankt gut der Meister tankt gut greife einmal die Dinos an Fetzel bitte komm Zeit läuft ein Dino irgendein Dino nur damit 2 Dinos stehen vor dem ok ja ich werd halt immer noch angegriffen oh fuck ok pass 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 tank weiter tank weiter tank weiter die Tour ist halt von oben gestiegen fuck überlebst du das? ja ja geht ich sag an 4600 4400 oh ok eine Schildkröte wird stemmen ich komm da nicht durch ich komm da nicht durch stürzt du? sachen ja ich sterbe bitte noch ich muss rauslaufen ne ich komme rein ich gehe rein es geht nicht es geht nicht lauf mit raus die Rockets die Rocket Launcher müssen repairt werden eine muss in die Base ja ich geh zurück jetzt nicht ausgelockt offline ne naja ein gutes Zeichen so gucken wir was kommt wartet wartet kommt ja wir haben nur noch ein oder zwei wir haben nur noch ein oder zwei weg zurück pflanzen schießen vorsicht muka vor die pflanzen von rechts alles klar ja wir haben keine Rocket Launcher mehr wir brauchen jetzt da ähm oben ist ein n ding zum halber möchte einer mal hier in die Küsten gucken dann denke ich kurz die Pflanze da rechts das Problem ist ich schieße jetzt die Treppe nach oben kaputt das ist eigentlich sehr sehr schlecht mach doch ich schreibe jetzt durch ich schreibe jetzt durch ich schreibe jetzt durch warte da ist noch ein Kompi oh 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 ey hier Kisten alles ja ich komm jetzt auch warte okay durch durch losen losen und danke dass es mich ist ja du einmal weg einmal weg ich war da hier alles also kannst du hier keine Kisten platzieren nein nein eine Schildkarte bitte dahin stellen zum tanken kann das einer von euch machen Grim noch irgendwas mitnehmen wird abgeschossen Grim einfach durchlaufen einfach durchlaufen ich würde da vorstellen nein du brauchst nichts mitnehmen wird einmal weg Holzkisten eventuell wenn es geht nee ich hab 22 im Quetz drin du hast die Schießtür du musst ja nicht in Jan bringt nichts ok der hat alles gelootet von den ah ne der ist nur alles da der hat nur die Gisten gelootet hier ist ne Tür offen ich kann hinten zum Fabrikator warte mal Vorsicht hier ist stopp guck ob die Nahkommenswaffen haben und dann fang es an Toritz noch drin ja im Hauptgebäude ist Toritz noch drin wir müssen den Generator kaputt machen da wo die Safes stehen ja wir müssen den Generator kaputt machen ich komm zurück hier komm oh das ist schön das Massaker ist schön krass übelstes Massaker hier einmal durchlassen bitte geht nicht ey Kinder Kinder und Frauen zuerst Leute mach mal die Schränke gegangen und guck ob da noch irgendwelches Gier Waffen oder so drin sind und haut mal die Schränke ein mit dem Kicken oder irgendeine Waffe oder so oder so aber wieviel hält denn so ein scheiß Mistkäfer aus 300 Prints alter Tankkäfer der ist auf live geskillt wo ist der Generator? mitten im Raum ja ich weiß halt nicht wo ihr reingelaufen seid diese ist links in die Tür links wo die Tür offen steht da wird Safes drin stehen da wird Safes drin stehen der Schrank ist gleich kaputt ich guck mal was drin ist hier hier ist null Scheiß ich hab ein Fernglas juhu die auch eins geben können und ein Knippel und ein Knippel wow man muss sich auch über die Kleine ich schieße mit mit der Gegenwörfer jetzt hier rein haben wir draußen Schränke dass wir Sachen safen können Herr Cortex Leute antworten haben wir Schränke zum Sachen safen ich bin gleich da mit Schränken ok man wird weniger labern dankeschön die Pflanzen schießen immer noch rein macht nicht alle Schränke kaputt die haben dann kann sein dass die Pflanzen da durchschießen warte noch wie wie siehst du die Schieße hier habt ihr Waffen wenn ihr hier reinkommt habt ihr Waffen dann könnt ihr alles hier kaputt machen ich komm ich komm warte 6 in dem Raum ne ja ich seh dich ich seh dich ok ich hab den Mastercraft Rocket Launcher gefunden wow Peti Sattel Donto Plattform mit 99 Armor Carbon Enemy alles ok ich hab hier alles Plasio Plattform 96 hier ist der Meisterloot drin das muss gewünscht sein Dingo pass auf die Kiste da hinten so stellt der Schränke auf einer kurz bitte weg dieser ganz kurz ganz kurz ok hier habt ihr auch die Waffen hier ist eine Masse kraftpiko und so nimmt alles und knallt ab und macht die Betten und kaputt was ist das schade warte ich bin ich hab die ich hab die ganzen Sättel kann die einer was abnehmen sind voll ja dann nämlich alle wir klopfen doch 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 drop alles und nimmt der nimmt alles auf wir bauen draußen alles auf die Kiste ohne Ende du hast mir alles ich bin hier in der Ecke soll ich die Kisten oben beim Nächster fahren aber ich hab keine Rüstung an hier kannst du hier sammel auf sammel auf hinter dir oh hier ist der Check holy shit alter Achtung nicht Leute einlaufen wir haben Leute einlaufen hat jemand ein Krippel bei? ich hab einen ich bin ganz hinten später ich darf mal an die andere rankommen ich will nicht mit dem Kätz reinfliegen hier sind noch mehr Sättel in dem einen wie sie hier freuen ich komm eben ich komm eben ich bin schon dabei ach von welchen lass mich bitte durch hier ist der Kottex mach nur nicht alles macht nacheinander kaputt Grim ich schaust soweit ne einfach leertinken wo bist du wo bist du Foxy oben beim Kätz beim Stein da wo ihr die Schildkritten immer hattet okay du kannst nicht schießen halt die ganze Zeit ich will nicht reinfliegen pass 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 aber das ist erstmal kaputt ich werd angeschossen woher werd ich angeschossen? hab nix ach doch warte Pflanzen schießen halt noch Gott ich hab so wenig Fleisch du im Kätz mal meine Bär meine oh mein Gott ich hab mein Gott wie vieler Verteleister drin ist weiß nicht wieviel was ich für Sättel hier alle hab Leute kann einer bitte zum Kätz ich bin Lowlife Headliner komm her ich kann nicht ich kann nicht weil sofort umsobald mir nur irgendetwas trifft Grim lass lass wechseln Grim kannst du die Schwenke holen? äh Ringo? ne ich hab nicht so Ringo hat eine Rüste dran der kann da unten wo bist du? alles klar dann mal los jetzt die ganzen Schwenke holen Leute sonst kann man nix looten hier jo heck oh mein Gott ich hab nen Standzug baut die am Eingang der Base auf alle am Eingang der Base das was wir kaputt gemacht haben baut da so ein Halbgrundkreis und da packen wir alle Sachen mit rein wenn die offenen sind dann können wir die alle EASYs luken und einen Strang bitte hier hin damit das hier aufhört zu schießen das sind 22 Stränge ganz oben fach los hier sind mittig dann kannst du mal den ganzen Viertel erscheinen wieviel Stränge hat das mitgenommen gehabt? 22 sind drin perfekt einen Strang bitte hier das zubauen sofort dass das alle erst wird weil die Schildküte hält nicht mehr lange durch das kann man zubauen ok dann lass es wechseln dann baue ich das zu ok das sind hier 22 die Schildküte jetzt 22 Stränge wo kapittst du die Schränke aufbauen? ich baue hier ja ja ich wollte die gleich aufbauen einer muss auf der Schildküte werden ok ich springe auf die Schildküte ok 3 komm her komm her du musst schon zu mir ok 3 2 2 packst du in die Schildküte mal ne? so alles klar so mal ok ja hau mit mal ich hab noch ein bisschen weiter das ist wohl ein paar genau ok ready? ich pack in die Schildküte auch die guten Sachen merkt euch das in der Schildküte hier in der hier 3 2 du musst auch schenken vor Triss ne? mach mach mal 3 2 doch jetzt go ja da ist keine Ahnung was das ist ach warum hat es nicht andere ist das nicht ja hier ja ich bin alles leer ich bin alles hier ok von dem man kann hier nix bauen geh weg geh weg geh weg ist alles safe ich hab's zugebaut ich muss ich muss was trinken ich ok ich bau hier auf sind irgendwo noch Pflanzen? ja hier sind die Schränke da den ganzen Loot reinpacken vorne Mace sei Mucca du grüßtenschatz Foxy danke fürs trinken hat irgendwer noch ne Nahkampfwaffe ich trink mich ja von Pfaffen wurden eben gelootet ich brauch die Keule um die unnäßig zu klappen ich hätt sonst noch ja ich hab ihn zusammen ich hab ne Karte ja ich mach ja boah was sind das an Blue Grins guck dass immer nur einer dass immer nur einer alles aufhebt und bringt ihn zu den Schränken jetzt gehen nur diejenigen die was zu sagen haben kissen stehen draußen schließen in dem gebäude in dem gebäude links überflucht ja da geht auch keiner rein bisher geht mal weg ich war jetzt mit der versuche dann geht mal weg was auch dass mich nicht tötet ich spiel einer poison abholen ich habe keinen knüppel bei fox 1 und schränken oder er macht du das mach ich doch ich ging die wand nicht gegen die wand da sind die dino's die töten und durch die wandel ist ja doch jetzt geht's alles klar nicht auf den kopf bauen hast du narkotik dabei hier war ihm auch von der kottik alles ja hier jetzt die scheibe zieh schnell weg gogo zieh weg mich wegziehen einfach gehen einfach die anklicken ich mache schon das ist alles in ordnung weißt du müssen mit der zeit spielen heute wo sind wir wieder an der gleiche stelle dann dann den töten tötet den und zieht raus jetzt kommt der nächste hier dahin der nächste ist fortes fortes du kommst hier rein am eingang stehen am eingang ok piker wieder nahkampfwaffen hier narkotik ist hier perfekt wir haben hier narkotik nimm die sachen mit warte 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 einmal kurz auf zu looten so jetzt kannst du weiter ich kann spawnen oder du spawnst bei foxy wo ist foxy der haut also ihr haut draußen die dinge ja und schrank ich wohne jetzt einfach im bett und lauf runter ne nein der schwarze der nächste schrank kaputt er perlte da drinnen das zieler die haut koch ne er hatte schroff cementing passt in die ganze kiste voll nochmal habe ich alles mit habe ich alles mit ich schieß hier nochmal gegen ne beziehungsweise kommt mal bitte mit ich bin schon ja du musst bisschen weg wahrscheinlich von der base dass die das kommen kann also lieber um spawnen weil solange foundations in der nähe sind geht das nicht ich habe alle blueprints von denen perfekt auch nix wo denn hier also den hämografen haut hier alles im nahkampf kaputt nein ja alle brauchen häusel ja fortwärts bei dir müsste dinge spinn sein auf mich schießt die pflanze ich muss immer was was soll ein ei irgendwo bei dir rumgegen fortwärts bei dir müsste ähm cementing paste sein wir nehmen einfach alles mit wir nehmen einfach alles mit hier ist noch rüstung und sowas alles drin ja diese scheiß pflanze alter ey meine gute ey wir haben es da jetzt erst nur kurz aber ich habe jetzt auch einen knüpfe wo sind die turrets im main gebäude das kann man noch nicht sehen da muss einer gleich mal kurz kamikaze machen kann ich wohl gleich machen ich würde mich mal gleich fortschritt guck mal darling headliner headliner hast du was dabei ich würde mich headliner hast du was dabei nicht wirklich ok dann einmal kurz vorgehen guck mal siehst du was stück vor stück vor immer stück vor der ist wahrscheinlich links um die ecke das turret oder ja ja zwischen schränken und dem safe steht eins weil hier geht ein kabel direkt runter das wird hier zwischen die stromleitung hier sind tot liegt noch einer von hinten von hinten von oben über uns direkt über uns ach da ok einmal weg ja lass mich mal raus ja warte ich machs anders ich mach wen hier weg 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 Rimm Rimm töte mich und bring mich raus naja lebt immer noch ne ahnung schlag mich ich bin fast froh nein ok turret is down ja jetzt schlag ich kisten sind kaputt sind noch mehr turret oder ja ich kann reinspringen hat nichts ja ja guck mal dahin guck mal dahin ob da noch mehr sind ja Generator ist hier kannst du sie abschießen hast du ihn verloren warte wenn mal mit mal mit kaputt ist versuch ich muss jetzt auch pennen gehen ist schon viel zu spät ok ok der erste hat nur noch 740 1000 wieviel hat der noch 5000 ok weg 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 erstes down und was ist drin und den war ganz die weiter dazu dann wollen wir Öl mitnehmen oder soll ich das hier lassen ja du kannst es auch nicht raus wenn du voll bist du kannst es nur gedroppt kriegen aufpassen haben wir die kisten müssen geholt werden haben wir noch kisten so ich dropp dir das vor dir wieso wieso was weil hier die seite offen ist aufpassen nicht nichts machen wird geschossen ich hab gesagt aufpassen wer ist das fort was ist das so diese schrank hinter dir aber komplett lernen einmal weg gehen wir schießen jetzt auf den hier weg 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 ok ich schmeiß mir die unwichtigen sachen 173 noch einen schutzfunk ich kann mich bewegen ich kann mich schon hört leider mal wieder auf der liegt ja nicht bei mir ins inventar ist das ein crossbow ist gut 48 raketen wenn wir dazu bekommen C74 nochmal 3 raketen Turex raketenwerfer perfekt gasgranaten ok das müssen wir looten hier der ist wichtig der war gut ideal oben sind auch noch Leute wirst du Wir haben Eingang. Hier Grimm, hier ist auch noch einer. Okay. Wie warst du? Was brauchst du? Er ist weg. Da fliegst du, VZ. Kein Trauer damit, ja. Ich werde angegriffen. Verloren. Ja, du hast mich verloren. Von der Pflanzen. Von der Pflanzel da. Ich zieh den Körper. Kann einer vom Quetzel bitte C4, also diese Mautkits holen? Hier ist ein Eisenbox. Hier ist der Sch... Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich werde angehittet. Nicht bewegen. Kommst an die Pflanzel rein. Grimm, du musst rumlaufen. Leute, wollt ihr den Arm des Todes sehen, Alter? Das ist... Boah, hier ist so viel Eisen. Boah, der Klo... Okay. Alles auf, okay, pass auf. Warte, ich lock erstmal alles hier weg. Weg, Fortress. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen zuschlagen. Guck mal, ob du da durch kannst. Ist die Schildkröte weg? Ich kann halt auch da herkriegen. Ja, ja, geh durch, geh durch, geh durch. Und dann warte, dann lock ich wieder alles da hin. So geht gerade nicht. Doch, jetzt geht's. Moment, ich schlag die Schildkröte. Okay, nee. Ja, ich bin drin. Okay, okay. Jetzt gehen wir alles hier hin. Jetzt lock ich alles hier hin. Bleib da einfach stehen. Ich komme aber nicht mehr. Da los, meinst. Spring da hoch, komm hier hin. Geht das so. Geh, geh zu den allen. Das Sand ist halt hier, ne? Ja. Genau, okay. Jetzt stehst du da, ja? Ich bin ja einfach rüber. Leute. Wieder. Wie war das mit... Warte, warte, warte. Aber hier sind nicht viele Tiere. Ja. Wow. Was tut das? Aber die alle Tiere da... Oh. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, Wolf, Wolf, Wolf. Oh, no. Jetzt fahren die die ganzen Dinger. Hab's neu fahren. Na, wartet noch, noch nichts machen. Ihr könnt eventuell looten. Wenn das... Ihr könnt eventuell looten. Wenn mich der Wolf... Erstmal weg. Ah, fuck. Warte, warte, ich sehe die Tasche, warte. Zudem. Ja. Der ist natürlich ein Arja. So habt ihr gemacht. Das macht nicht egal. Explosion. Ich mach gleich wieder auf. Ich hätte weiter weggehen sollen. Ich wollte, dass wir die Kammer da erfassen. War eine dumme Idee. Hat das Leben gekostet. Haben wir noch einen Raketenwerfer? Mit Schoß. Ja, ich hab... Ja, so Raketenwerfer hab ich, aber die sind fast down, aber ich hab sieben C4. Ja, aber wir haben kein Dingsbums. Oder hast ein C4 Remote Kit. Stop. Ich respawn jetzt. Wir brauchen einen Raketenwerfer, sonst müssen wir zur Base nochmal repaaren. Wir müssen die Tiere töten, die haben jetzt die ganzen Sachen wahrscheinlich. Oder ihr auch die. Die Beaver. Acht. Voxi, kannst du mich runterfliegen gleich? Oder wenn ich gucke mal in der Kino oder so ist? Wollen wir den Schränk nehmen. Und hier ist noch ein Feuer der Raketenwerfer gepasst. Okay, alles klar. Deine Gruppen sind noch komplett da. Halt der Kino. Voxi, kannst du mich sperren mit runterfliegen? Ich weiß nicht, ob irgendwas... Ja, ja, ist schon etwas tot. Ja. Du hast ein Leben halt. Du hast jetzt den C4 Remote Kit, oder? Schildkürte lebt noch. Eine Schildkürte läuft da noch rum. Okay, okay. So, ich glaub, der Rest ist tot. Eine Schildkürte seh ich noch. Wer ist denn jetzt noch da? Mace, geh mal raus. Da sind Schränke wieder kaputt. Sammel da mal was ein. Sammelt nur die wichtigen Sachen ein. Sowas wie Stein, Kohl, Holz, sowas könnt ihr alles wegleißen. Siehst du, wie schnell ich bin? Nein. Und tötet die Schildkürten. Die haben die wichtigen Sachen dabei. Die hat wieder die Sachen dabei. Wotrus, geh mal weg. Ich baller hier gleich oben auch nochmal alles frei. Moment, ich... Ich ja grad das... Das Mammut in mir noch. Drei Minuten, okay. Weg, weg, weg. Mammut weg, Mammut weg. Ich zünde. Er lebt noch. Ja, komm weg. Boden öffnet. Toll, ist wohl nach oben gebackt. Wieso? Ja. Magst du das Holz hier irgendwo rein? Hab ich in den... Ich seh leider kaum noch, wo ich da hin beileihe. Warte, ich komm. Ich glaub, ich hab da ein paar Schränke oder sowas kaputt gemacht. Ich seh da was zum Looten. Kannst du dich bewegen? Ja, ne? Komm hier. Ja, ja. Ich bin hier hinten. Wie verhältst du das noch aus? 2.000. Okay, ein Schuss geht noch und dann schieße ich hier die Decke kaputt. Wo war das Türet hier im Stall? Hier, Muka. Hinter dir hier oben drauf. Wo das Mammut tot rumwagt. Warte, ich klette noch mal. Ich teste, ich hab nur Rüstung an. Warte mal, guck mal hin. Sag mir von Mammut, wenn wir drauf gucken, links, Rage. Ey, ich werd nicht mehr, ich werd nicht mehr, ich glaub, es ist kaputt. Ach du scheiße, wie viel Kibbel ist da drin? Oh mein Gott, das sind so viele Eier. Oh Gott. Warte, ich spring noch rüber. Muka, nicht drauf schießen. Ich bin nur vorgesprungen. Pflanzen schießen. Ist das down? Tod ist down hier oben, ja. Wir schießen nicht mehr. Wo ist das Kibbel? Fortress? Da, wo du grad reingeschossen hast. Ich seh hier halt nichts. Ich seh auch nichts. Achso, noch. Drück K und dann flieg, äh, guckst du nach vorne, das ist so das Abschlussbild. Wie das aussieht.